Ja, dann los, zieh da mal ein Kärtchen und dann probier das Ganze mal vorzulesen. Hauptsache gut gegessen, geschafft haben wir schnell. Das war schon gut, muss ich sagen. Das bedeutet so viel wie Hauptsache gut gegessen, weil gearbeitet haben wir sehr schnell heute. Das gibt eins bloß mit Sternchen, direkt eingebürgert. Ja, komm, zieht da gerade noch eine. Gratseletz, das, ich habe absolut keine Ahnung, was das heißen soll, um ehrlich zu sein. War auf jeden Fall richtig ausgesprochen, Gratseletz, aber du hast gar keine Idee. Irgendwas mit Salat oder geradeaus, nee, ich habe keine Ahnung, du musst mir helfen. Gratseletz heißt so viel wie jetzt erst recht. Jetzt erst recht, Leute. Richtig. Gratseletz, jetzt weiß ich doch Bescheid. Perfekt. Noch eins oder? Ja, zieh dir ruhig noch eins, ja. Dann mache ich das hier noch, ganz unten. Macherei, kein fiesen Matenten. Ach so, pass auf. Macherei, also fiese Matenten, mach kein Theater, so nach dem Motto. Macherei, ja was könnte das denn heißen? Mach weiter, diskutier nicht. Nee, Hawaii ist im Prinzip, ist genau Hawaii, ist Honolulu die Hauptstadt. Nee, also mach Hawaii, mach jetzt, keine fiese Matenten. Die Redewendungen, fiese Matenten, kommen sogar aus dem Französischen, von Visite Matenten. Das haben nämlich früher die, jetzt lass mich überlegen, die Soldaten oder was, zu den Mädels gesagt, Visite Matenten, also quasi besuch mich in meinem Zelt. Und deshalb, die sollten keinen Quatsch machen, daher hat sich diese Redewendung herauskristallisiert. Ja, sehr gut, hab ich wieder raus. Ich bin weg. Ja. Dankeschön. Gerne, gerne. Ja. Nee. Vielen Dank.